Es kommt mir vor, als wäre es tausend Jahre her, dass ich mich aus dieser Höhle rauskämpfte, zu Iron Man wurde und erkannte, dass ich dich liebe. Ich weiß, ich sagte keine Überraschungen mehr, aber ich habe gehofft, eine geht noch. Die Welt hat sich verändert und keiner von uns kam wieder zurück. Wir können nur unser Bestes tun und manchmal ist das Beste, was wir tun können, neu anzufangen. Ich habe all diese Leute sterben sehen. Ich sage allen immer wieder, sie sollen sich damit abfinden. Manche tun das, aber wir nicht. Auch wenn die Chance noch so klein ist, wir schulden es, jedem, der nicht hier im Raum ist, es zu versuchen. Das werden wir. Was immer nötig ist. 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 Die gefällt mir. Die gefällt mir.